Wie groß ist dieses... ...ist, wenn ein Auto nicht nur groß ist, sondern Größe hat. Wie viel hat dieses Ding gekostet? Die Wirtschaft der Zukunft funktioniert ein bisschen anders. Sehen Sie, im 24. Jahrhundert gibt es kein Geld. Es gibt kein Geld? Und ein Automatikgetriebe, das nicht nur extrem dynamisch ist, sondern auch wenig verbraucht. Klingt schwedisch. Sie elender Mistkerl! Erst, wenn ein Auto Innovationen... ...allen... ...zugänglich macht. Was wollen Sie damit sagen? Wenn ein Auto... ...eine Ära geprägt hat. Erst, wenn es zu einer Lebenseinstellung wurde. Und Technologien schafft. Wenn es ganzen Familien ein Zuhause ist. Wenn ein Auto... ...neue Wege ermöglichen kann. Und einer ganzen Generation ihren Namen gab. Dann ist es... Ich bin solch ein Idiot. Es ist so einfach. Das Auto.